Bier macht Männer glücklich und für viele ist es ein Traum, einmal selbst Bier zu brauen. Die kleine Handwerksbrauerei Nickel in Pretzfeld in der fränkischen Schweiz macht diesen Traum wahr, denn sie bietet Brauseminare an. Also die Leute kommen früh, meistens um neuner und die sind dann praktisch den ganzen Tag beim Brauer dabei. Das heißt, was ich unter der Woche nochmal selber mache, machen die den ganzen Tag mit vom Einmaischen über den Austrieber, über den Kochen und Hopfen gehen. Also die sehen das, was wir unter der Woche normal machen auch. Überall wird selbst Hand angelegt. Bei diesem Seminar geht es nicht um blanke Theorie, sondern darum, Bier in all seinen Facetten zu erleben. Die machen gern mit, ich fahre die Schubkarten mit, die Drehbahnen aus, ich darf in den Hopfen selber gehen, die können das Malz selber schroten, also die Leute machen da eigentlich schon gern mit. Wir haben Familienfeiern schon da gehabt, wir haben Jungsehlenabschiede da gehabt, wir haben Vereine da gehabt und wir haben sowohl einzelne Leute, wo einer sagt, ich mache jetzt mit meinem Freund am Wochenende mal ein Brauseminar mit. Wie es sich für ein ordentliches Brauseminar gehört, kommt natürlich auch die Verkostung nicht zu kurz. Und da gibt es für die Teilnehmer wahrlich vieles zu erschmecken. Denn neben verschiedensten Hausbieren wie Lager, Keller oder Weizen hat die Brauerei Nickel auch ein paar außergewöhnliche Bierspezialitäten auf Lager. An die dafür nötige Grundlage wird natürlich auch gedacht, ein Rundum-sorglos-Paket also. Also Brauen fasziniert mich seit langem, einfach weil verschiedene simple Zutaten ein tolles Getränk liefern und bei Michi hier sind wir bombastisch aufgehoben. Und wir kennen das Bier, mögen es und wissen, er macht einen guten Job, hier können wir lernen. Das ist interessant und vor allen Dingen wunderbar anfassbar und menschlich. Also man kann auch mal irgendwo reingreifen und irgendwas trinken, vor dem ich nicht wusste, dass es genießbar ist und dass es überhaupt existiert. Wer selbst einmal beim Brauseminar der Brauerei Nickel in Pretzfeld dabei sein möchte, die Seminare sind ab zehn Personen individuell buchbar und auch als Geschenkgutschein. Ein echter Renner für Bierfans.